Aha. Ha, okay. Na gut, aber einen Verzauberungstisch gibt's hier jetzt auch nicht. Ich suche ja immer noch einen. Reden wir nochmal mit der Dame, die wir gerade eben so einfach unterbrochen haben. Vielleicht hat sie ja doch ein paar Informationen für uns. Das wäre ungewöhnlich, trotzdem nicht unmöglich. Jetzt ist sie weg. Natürlich. Jetzt, wo man sie doch braucht, ist sie vielleicht einfach nach unten gegangen. War ja auch möglich. Entschuldigung. Niemand mehr da und das geht auch nicht noch runter. Schade. Ich hab gedacht, wir finden jetzt was super Geheimes. Das wäre ein toller Ort gewesen. Für super geheime Verstecken. Wie spät ist es? Nacht. Also, ja doch, Mitternacht eigentlich fast. Wo sind denn die ganzen Magier? Ich finde das merkwürdig. Niemand ist hier an der Akademie. Hier ist der Oberzauberer. Da drinnen stehen noch ein paar Leute rum. Davon sind übrigens, glaube ich, zwei Leute noch, mit denen wir da erkunden sollen. Vielleicht sollten wir die Aufgabe vorher machen, bevor wir hier irgendjemanden finden wollen. Äh, hi. Das sind Lügen. Das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Ich weiß nicht. Na, von wem spricht ihr? Ich weiß nicht, was ihr meint. Fahrelda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt. Gibt es hier einen Elfenmagier, der die Sterne studiert? Habt ihr gerade Elf und Sterne gesagt? Ich hoffe, ihr wisst nicht, wonach ihr da fragt. Wirdet ihr mal glauben, wenn ich euch erzähle, dass sie mir eine Vision gegeben wurde? Euch wurde eine Vision geschenkt? Meint ihr das ernst? Wie auch immer. Ihr sucht sicher Nelaka. Er ist im frostigen Feuer. Aber seht euch vor. Er wurde nicht ohne Grund aus der Akademie ausgeschlossen. Wie ich schon vermutet hatte. Ähm, so. Habt ihr ein Problem mit Fahrelda? Was ich für ein Problem mit ihr habe? Sie hat ein Problem mit mir. Sie fühlt sich durch mich bedroht. Durch mein Können als Zauberin. Durch meine Eleganz und Haltung. Durch mein überlegenes, gutes Aussehen. Aber sie wird mich nicht unterkriegen. Oh nein. Das lasse ich einfach gar nicht an mich heran. Das will sie doch nur. Sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Nun, das wird nicht funktionieren. Das sage ich euch. Du bist ein bisschen überheblich, meine Liebe. Ah, doch. Ihr seid neu, stimmt's? Beherrscht ihr schon die Expertenstufe der Zerstörungszauber? Noch nicht, aber ich arbeite daran. Ah, das ist gut. Aber Jasargo wird sie zuerst beherrschen. Es ist eine gute Sache, endlich mit Magiern zusammen zu sein, die mit Jasargo mithalten können. Ihr seid wohl aufgeregt, hier zu sein. Oh, ja. Jasargo hofft, hier auf Dinge zu stoßen, die ihn zu einem mächtigeren Magier machen. Hoffentlich kleine Dinge, die in Taschen hineinpassen und bei denen nicht auffällt, wenn sie fägen. Also, hast du vielleicht Interesse, lieber zur Diebesgilde zu kommen? Ihr wirkt sehr selbstsicher. Jasargo ist sich sicher, in vielen Dingen. Es gibt magische Fertigkeiten, Zauber und einen starken Willen. Jasargo wird erfolgreich sein. Daran besteht kein Zweifel. Natürlich besteht darin kein Zweifel. Warum habt ihr euch an der Akademie eingeschrieben? Für einen Kachit, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich, die Magie zu beherrschen. Den Magiern in Sirodil geht es nur um Politik. Die Synode und die Akademie des Flüsterns sind zu sehr damit beschäftigt, Geheimnisse zu hüten als zu lehren. Himmelsrand war nicht Jasargos erste Wahl. Aber Winterfeste hält sich von politischen Dingen fern und widmet sich ganz der Forschung. Dies ist der Ort, an dem Jasargo groß werden wird. Das wirst du bestimmt. Es geht nicht immer nur um Konkurrenz, wisst ihr. Oh, das stimmt aber nicht. Ihr seid doch nur anderer Meinung, weil ihr gerade schwer verliert und es nicht merkt. Na dann. Lass ich dich mal dem Glauben, mein Bruder. Äh, ah, hier, Ausgang. Okay, wir müssen also wieder zurück zu... zum... zu der... Wirtschafts... zu dem Wirtschaftsgebäude, in dem Sachen ausgeschenkt werden. Hier heißt es Taverne. Ähm... Wie ich schon vermutet hatte, ist nämlich dieser Elfdorp, der mit den Sternen. Ich weiß zwar nicht, was das auf sich hat und was damit gemeint ist, aber ich habe es ja schon vermutet. Weil es ungewöhnlich ist, dass der außerhalb von Winterfest... also außerhalb der Akademie seine Forschung fortführt oder überhaupt anstellt. Deswegen haben da gleich meine Alarmglocken geläutet. meine Alarmglocken für ungewöhnlich ist. Hui! Guten Tag, der Herr. Entschuldigung. So, guck, hier ist es übrigens The Frozen Heart. Frostiges Feuer. Interessant. Warum hat man das hier nicht auch das gefrorene Herz genannt? Warum verändert man den Namen so sehr im Deutschen? Ich meine, das hat ja nur noch was dann mit den... Wenn ihr etwas essen oder trinken wollt. Ja, nein, ich möchte... Ich möchte gerne einen Teller für diesen Lachs braten. Naja. Meine Tage an der Akademie sind lange vorbei, aber ich bleibe gerne in der Nähe. Ach, ich lasse mich mal hier. Zu dir? Na? Dargur und ich haben eine Übereinkunft. Er bietet mir meine Privatsphäre und ich sorge dafür, dass ich ihn bei meinen Experimenten nicht in die Luft jage. Ich suche nach einem Elfenmarkier, der die Sterne studiert, wenn du weißt, was ich meine. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jahre? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Ein Priester von Azura hat mich geschickt. Ihr arbeitet mit den Dedos. und ich habe nichts zugestimmt. Redet. Beruhigt euch. Ich werde euch alles erzählen. Was wisst ihr über Seelensteine? Damit wirkt man Verzauberungen, nicht wahr? Ja, man wirkt Verzauberungen. Mehr weiß ich damit aber auch nicht anzufangen. So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich. Außer einem. Azuras Stern. Ein dedrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Was hat Marlin getan? Marlin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Ilinaitras Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Daedra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. Wenn ich den Daedras aber gut diene, habe ich eine Chance, dass sie mich verschonen werden. Wie funktioniert Azuras Stern? Ich habe doch erwähnt, dass der Stern ein Seelenstein ist. Nur, dass er sich niemals verbraucht. Es gibt noch eine weitere Regel für das Artefakt. Ihr könnt im Stern nur weiße Seelen speichern, die zu den niederen Kreaturen gehören. Azuras Magie lässt nicht zu, dass schwarze Seelen darin eindringen. Als Sterblicher war Marlins Seele schwarz. Also bestand ein Teil seiner Arbeit darin, Azuras Regeln zu durchbrechen. Er hatte sein Ziel fast erreicht, bevor... Nun, das habe ich euch bereits erzählt. Bevor er verrückt wurde. Wie haben die Daedra Marlin in den Wahnsinn getrieben? Wahrscheinlich einfach mit die treffen Gehirnseelen. Azura ist keine normale Daedra. Sie herrscht über ein ganzes Gebiet im Reich des Vergessens. Je stärker Marlin den Stern bearbeitet hat, desto nachhaltiger konnte sie ihn vernichten. Es fing ganz langsam an. Marlin begann Dinge zu sehen, die gar nicht da waren. Dann brüllte er Schüler wegen Sachen an, die sie gar nicht gesagt hatten. Dann kam ich eines Tages dazu, wie Marlin eine Schülerin getötet hatte. Und in einem furchtbaren Moment der Inspiration begann er, ihre Seele für seine Arbeit zu nutzen. Die Akademie würde euch dazu stimmen. Aber habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele unschuldige Leben vorzeitig beendet wurden, nur damit Azura ihre Rache haben konnte? Wir gelten den Daedra nichts. Wir sind nichts als Schachfiguren, die sie herumschubsen, loben und bestrafen können, wie es ihnen passt. Da hat er wahrscheinlich recht. Aber was passiert, wenn ich nach und nach die Schachfigur von allen Daedras werde? Gehört ihr eigentlich zur Akademie mal so ganz nebenbei? Nein. Ihr Götter, nein. Schon seit Jahren nicht mehr. Ich hatte Winterfeste eine Weile verlassen und bin bei meiner Rückkehr hier in der Herberge eingezogen. Und weshalb wohnt ihr hier in der Herberge? Ihr hättet doch auch bestimmt zurückgehen können. Ich bin immer noch mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Und hier in Winterfeste habe ich Zugang zu meinen ehemaligen Kollegen. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, er hat uns nicht alles gesagt. Ich habe euch gesagt, was ihr wissen wolltet. Was wollt ihr denn noch? Nichts. Ich bin doch nur aufgestanden. Können wir mit ihm noch reden? Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben. Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahmequelle. Nun gut. Da es hier ja anscheinend keinen Verzauberungstisch gibt, obwohl das hier ein Magier ist. Immer noch komisch. Womit forscht er dann? Einfach nur mit Büchern oder was? Okay, wir haben jetzt viele neue Informationen bekommen. Wir wissen, wo sich dieser Stern befindet, den wir finden müssen. Vielleicht gibt es beim Jarl einen Tisch. Das wäre noch eine Idee. Er hat ja auch immer einen Hofzauberer. Okay, da schaue ich nochmal. Um dann wahrscheinlich festzustellen, dass ich die Schuhe nicht entzaubern kann. So wird es wahrscheinlich sein. Kann ich euch helfen? Guten Tag. Ähm, nein, nein. Ich finde nur selbst, was ich suche. Aha. Ein Schlachtplan. Ein Junge. Was macht ihr überhaupt in Winterfeste? Rumlaufen. Das sagt, dass Leute wie ihr der Grund zeigt, dass hier niemand mehr wohnt. Guck mal. Das ist ein voll toller Stab. Den musste ich mitnehmen. Schlaf weiter, meine Lieben. Schlaf weiter. Ihr habt nichts gehört. Haben sie wahrscheinlich tatsächlich nicht so. hier wohnt, also der Junge. Ist ja echt toll. Was? Jetzt sind die Eltern wahrscheinlich der Vater der Jarl, nehme ich an, oder? Mein Papa sagt, dass Elfen böse sind und man ihnen nicht trauen darf. Na, da hast du aber Glück, dass ich kein Elf bin, sonst wärst du jetzt tot, mein Junge. Also ich nehme an, seine Eltern sind entweder der Jarl oder vielleicht auch... Ne, das ist ja ein Elf, also wahrscheinlich nicht. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht in meine Zeit Frieden zu verschwenden. Ja, dann quatscht da einfach nicht so viel. So, auch kein Verzauberungstisch, aber ein bisschen Geld und ein Fass. Kann ich aber das Salz mitnehmen, Salz ist immer wichtig. So, niemand kommt rein. Ich war extra mal leise, um zu hören, ob jemand die Treppen hochkommt. Hoch. Okay, also auch hier kein Verzauberungstisch. Merkwürdig, weißt du? Windhelm... Äh... Winterfeste... Die Stadt der Magier. Magier Akademie. Aber ein Verzauberungstisch suchst du hier vergeblich. Okay, ähm... Ich speichere mal wieder. Es hubbelt in letzter Zeit wieder ziemlich doll und wenn meine neueste Theorie stimmt, dass es irgendwie nach drei, vier Stunden automatisch irgendwie... Also... Automatisch. Tuts ja irgendwie immer. Aber dass es sich nach drei, vier Stunden aufhängt, dann müsste es dann zunächst soweit sein. Deswegen mal gespeichert. So, ähm... Schwarzer Stern. Wo ist denn das? Irgendwo da unten bei unserem Haus. Okay. Jetzt ist die Frage. Wir können... Wir haben uns jetzt sehr lange hier oben rumgetrieben. Wir laufen jetzt wieder nach unten. Wir können ja als Wolf theoretisch mal runtergehen. Und dann gehen wir zu diesem Schrein. Das finde ich eine gute Idee. Diese Idee ist toll. So wird sie gemacht. Wir wählen schon mal das hier aus. Ich laufe aber noch ein Stück weg von der Stadt. Ich glaube, es ist ratsam, sich fernab von einer Stadt zu verwandeln. Das ist fernab genug. So, Verwandlung wird durchgeführt. Verwandlung! Juhu! So, wir sind zumindest ein Stück lang schneller. Wie als Katschid. Wenn wir nur nichts zu essen finden, dann... Können wir uns auch an einem Beeren? Oh, voll weggeschnipst. Hihi! Cool! Also, der Bär hat gar keine Chance. Komischerweise können wir nicht an Tieren essen. Ist das nicht irgendwie merkwürdig? Ich meine, Fleisch ist Fleisch und Energie ist Energie. Ob wir da jetzt Menschen essen oder Tier ist auch eigentlich Schnuppe, oder? Äh, nein, pass auf, ich kann das noch. Hätte mich auch gewundert, wenn der jetzt noch leben würde. So, Blutgear verlängert. Jetzt können wir auch wieder rein. Können wir wieder rennen. Ich weiß nur nicht, ob das gereicht hat. Da wir schon ein Stück Rand sind und es gerade schon so rot geleuchtet hat. Oh, hallo! Schnipps! Bleib liegen, bleib liegen. Du bist nur noch mein Essen. Ah, köstlich. Wache. Oh, falsche Taste. Wie so oft. Okay, wir konnten zumindest zwei Menschen unterwegs fressen. Ich denke, wir kommen doch etwas voran. Ich glaube, das waren wir. Ja, da liegt nämlich ein Schild neben dran. Das waren wir. Schön zu wissen, dass die Tiere so lange liegen bleiben. Laufen wir hier richtig? Wurde der Tod geburten? Ich glaube, es ist hier besser, wenn wir erstmal hängen bleiben. Wenn wir hier unseren eigenen Weg suchen, weil wir sonst einmal um diesen Berg rumgeführt werden. Und ich glaube, das dauert länger. Ich weiß es nicht, weil ich natürlich noch niemals da lang gelaufen bin. Ich biete ja immer gleich hier ab. Aber das ist halt einfach so meine Überlegung. Wenn wir hier lang laufen, müssen wir nicht erst um den Berg rum und dann wieder eine Schlaufe laufen. Sondern laufen halt hier lang. Logischerweise. So, da haben wir wieder einen Wolf. Der lässt uns hoffentlich in Ruhe. Ich meine, wir sind jetzt ja auch ein Wolf. Also müsste er uns eigentlich freundlich gesonnen sein. Ist ja eh nicht. Ich weiß es. Ich muss es gar nicht austesten. Ist der Drache immer noch hier? Habe ich da gerade Drachenschreie gehört? Hier hing doch vorn. Also, ist jetzt schon ein paar Folgen her, glaube ich. Hier hing ja ein Drache rum, als wir hier weggegangen sind. Der ist tatsächlich immer noch hier. Ich glaube, der nicht. Ja, jetzt, wo wir und Wölfchen sind, da greift er uns natürlich an. Ja, das bringt bei ihm natürlich auch nichts. Ich möchte tatsächlich nicht als Wolf gegen ihn kämpfen. Wir scheinen uns aber gleich zurück zu verwandeln. Ist ja gut, mein Junge. Wo ist er denn? Jetzt verwandeln wir uns zurück, oder? Ja. Immer schön. Mitten im Kampf, da verwandle ich mich am liebsten. Ich glaube, wir haben hier auch natürlich die Ausrüstung nicht mehr gelagert. Das ist immer schön. Dieser Helm und dieses und dieses. Das nicht. Haben wir jetzt schon alles an? Ich glaube, ja. Ich gucke noch mal kurz. Ach, der Stiefel. So, jetzt haben wir alles an. Nein, so. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte Flammen atmen. Super, weißt du, beim Eis-Troll erstmal schön mit dem Eis-Ding dagegen gepustet. So, nach dem Drachenkampf. Wo ist der Drache? Ich... da. Oh, Mann. Lass mich in Ruhe. Wir werden das Level auf Abgleich nehmen, und zwar dann, und zwar dann, wenn es kritisch wird und unserer Gesundheit. aus dem Ja. Das ist